Es ist dem Feind gelungen, die Fronten-Walter-Formation zu durchbrechen. Im Süden hat der Gegner Zossen genommen und stößt auf Starnsdorf vor. Der Feind operiert jetzt am nördlichen Stadtrand zwischen Frohnau und Pankow und im Osten ist der Feind bis zur Linie Lichtenberg-Marsdorf-Karlshorst gelangt. Mit dem Angriff Steiners wird das alles in Ordnung kommen. Mein Führer, Steiner... Steiner konnte nicht genügend Kräfte für einen Angriff massieren. Der Angriff Steiner ist nicht erfolgt. Es bleiben im Raum Keitel, Jodl, Krebs und Bogdorf. Das war ein Befehl! Der Angriff Steiner war ein Befehl! Wer schickt sie? Der Angriff Steiner hat mich verlogen, sogar die OSS! Die gesamte Generalität ist nicht zweiter als ein Haufen niederprestiger, treuloser Feiglinge! Mein Führer, ich kann nicht zulassen, dass die Soldaten, die für Sie verbinden... Nichts als Feiglinge! Verreiter, Versager! Mein Führer, was Sie da sagen, ist ungeheuerlich! Die Generalität ist doch der Geschmolz des deutschen Volkses! Sie sind ohne Ehre! Sie nennen sich Generale, weil Sie Jahre auf Militärakademien zugebracht haben, nur um zu lernen, wie man Messer und Gabel hält! Jahrelang hat das Militärme der Aktionen nur behindert! Es hat mit denen nur ein bestimmtes Widerstand in den Weg gelegt! Ich hatte gut daran getan, um jahrelang alle Hörloffiziere registrieren zu lassen, wie Stalin! Ich war leer von der Akademie. Und doch habe ich allein, allein auf mich gestellt, ganz Europa erobert! Verräter! Von allem Anfang an bin ich so verraten und betrogen worden! Es wurde ein ungeheuerer Verrat geübt am deutschen Volke! Aber alle dieser Verräter werden bezahlen! Mit ihrem eigenen Blut werden sie bezahlen! Sie werden das auf ihrem eigenen Blut! Bitte gerne, jetzt beruhig dich doch! Meine Befehle sind in den Wind gesprochen. Es ist unmöglich, unter diesen Umständen zu führen! Es ist aus! Der Krieg ist verloren! Aber wenn Sie, meine Herren, glauben, dass ich deswegen Berlin verlasse, irren Sie sich gewaltig! Eher jagle ich mir eine Kugel durch den Kopf! Man sieht einfach mal! Was ist dann, was ich vielleicht seus? Man könnte mal, wenn, wenn ihr es schießt,